...Fuße der Berge, irgendwie. Muss ich mich jetzt noch hochstacken, wegen dir? Ja, ich kann da quasi gerade runtergucken. So. Also ich seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht. Aber ich will hier lagen. Hier sieht's schöner aus. Hier sieht's nicht so hochgestapelt aus. Hochgestapelt. Hahaha. Was für ein Witz. Warte, ich geh jetzt mal ein bisschen höher und dann gucken. Das könnte ja mal aufhören zu schneien oder so. So. Siehst du einen Riesenbaum? Ich seh überhaupt keine Bäume. Jetzt borte dich doch einfach zu mir. Ich will aber hier lagen. Will. Will ich, will ich, will. Ich seh dich trotzdem nicht. Komm doch dahin, wo wir den Wasserfall runter sind. Ja, ich bin schon etwas weiter als du. Ja, aber in die falsche Richtung. Och. TP, Mr. zu Kleox. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Hier war ich. Da sieht das so flach aus. Da kann man besser laufen. Und ich war irgendwo da hinten. Da? Ja. Wirst du nicht in die Richtung? Nee. Hä? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir rennen einfach hier lang. La, da, 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 da. Oh, bitte du nicht auch noch. Was denn? Diese, diese Melodie. Kumpel. Die ganze Zeit. Sonnenblumen. Neues Biom. Juhu. Kein Schnee mehr, aber dafür Regen. Yay. Aber Regen hört man bei mir nicht. Bei mir schon. Yay. Bei mir nicht. Guck mal. Loch. Huch. Äh, warte mal bitte. Okay. Ich will mir ein paar Sonnenblümchen mitnehmen. Und das war blöd, die wachsen immer nur in eine Richtung. Ja, immer der Sonne entgegen. Echt? Darum heißen sie auch Sonnenblumen, ich weiße, so aussehen. Oh, Mist. Ah, da unten ist ein Minenschacht. Aber wir wollen ja die Welt erkunden, ne? Richtig. Und nicht den Untergrund. Ah, ich glaube, ich muss schon mal wieder F3 und A drücken. So. Tut mir leid, dass ich aktuell immer so oft die Chunks nachladen muss. Ui. Aber es geht leider nicht anders. Was heißt denn hier? Ui. Sieht so schön aus. Jetzt weißt, was du mit deiner Welt auch machen kannst. Mit deiner Serverwelt. Ne, ich glaube, meine Schwester spielt ja auf dem Laptop. Der ist ein bisschen alt. Gammelig. Und der würde das nicht spielen. Ich habe mir auch überlegt, Hexe zu laden und habe es auch drauf gehabt und alles super, ganz fein. Aber das lief bei mir auch nicht so flüssig. Es war schon irgendwie flüssig. Also lief eigentlich wohl ganz ordentlich. Aber ja, ab und zu halt mal so ein kleiner Stotterer. Und dann weiß ich ganz genau, dass es bei meiner Schwester nicht laufen würde. Okay. Bring mal in die Lava. Ha, ha, ha. Also wir sind jetzt in einem Plains-Biom. Das sind Plains, lol. Ja. Wunderschöne Plains. Wo ist das Villager-Dorf? Hier kann man auch Ding finden. Du sollst nicht in die Lava springen. Ich bin doch nur auf die Fresse gefallen. Ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Aber wir hätten deine Schwester ja auch einladen können zum Mitspielen. Nee, nee. Ja, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Bei so Welcherkundungstouren dann doch lieber ohne Noobs. Jetzt komm schon. Sie weiß, wie man schreibt. Ja. Badadadzong. Huch. Woh. Okay, hallo Schwein. Oh, ach ja, stimmt, ich hab ne Karotte in der Hand. Warum läuft das Schwein auf einmal mir hinterher? Hallo. Hm. Oh, wie süß. Ich hab vier kleine Haustiere. Du nicht. Guck mal. Hey. Hör auf. Ups. Jetzt hab ich keine Möhre mehr. Haha. Au. Nein, du darfst mich hören. Du weißt, dass ich... Fräulein. Ich brauch Kartoffeln. Nee, du kriegst rohes Schweinefleisch von deinen Freunden. So. Das ist doof. Ich weiß. Ähm. Hörst du auf? Ich kann dich gar nichts anzünden. Gut so. Oh. Ja. Oh, selber schuld. Wenn du jetzt stirbst, bist du echt selber schuld. Komm zu mir. Oh. Wieso konnte ich dich nicht anzünden? Weil das nur Mobs können. Oh. Du bist in die falsche Richtung. Wohin wolltest du denn? Ich bin an der Seite. Oh. Jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Also ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal die neuen Biome noch finden. So in 100 Jahren. Ja, du, so in zwei Stunden, wenn wir dann die Aufnahme aufhören. Ha. Meserbiome. Cool. Hallo. Hui. Gut, ich könnte dich auch auf peaceful stellen, aber das wäre ja langweilig. Ja, das wäre total langweilig. Kann es sein, dass du leicht verschnupft bist? Ja. Ah, habe ich doch richtig gehört, dass du leicht gnädelst. Ja, ich, ähm, das sowieso immer durchgehend, aber halt auch heiser, so ein bisschen, ne? Oh. Ja. Arme Spubele. Ach, shit, Hepmus. Geht wohl wieder weg. Ja, das stimmt. Ich bin ja eigentlich recht, ähm, immun gegen sowas. Recht immun. Ich bin ein Superwoman. Aha. Mhm. Und ich merke, wir sind wieder über dem Wolkenlevel. Sind wir? Ja, weil da hinten ist ne Wolke. Oh. Wir seh nix. Sie ist da direkt vor mir. Sie ist da keine Wolke. Nein, ich seh da keine Wolke. Okay, ich seh da auf jeden Fall ne Wolke. Hä? Nein, ich seh da keine Wolke. Ja. Okay. Oh, mal nach Kartoffeln. Schon wieder. War kein Schweinefleisch. Dann komm her, Weib. Nee, Zombie. Noch ein Zombie. Oh Gott. Noch ein... Mein Retter in Not. Ich weiß. Ja, in die Ecke mit mir. Ja. Da, wo du hingehörst. Mhm. Oh Gott. Mhm. Äh, ganz schön... Ich bagge so. Ganz schön viel tief da drüben. Wolltest du in die andere Richtung? Alter. Hallo, Skelett. Tschüss, Skelett. Oh, ich stehe fest. Wir sind jetzt in einer Taiga gerade. Hm, okay. Also ich lasse jetzt mal F3 eingeblendet. Oh, hab ich auch schon die ganze Zeit. Fällt mir grad auf. Haha, Skelett ist tot. Tot. Oh mein Gott. Lol. Kannst mich ruhig Stefan nennen. Nein. Okay. Geronimo. Hab mich damit gemeint. Ah. Ah. Nein, nein. Fuck. Oh, wunderschön. Ähm, sag mir mal bitte, wenn du unten bist. Ja. Eile. Oh mein Gott, ist das tief. Da komm ich gar nicht runter. Deck fest. Äh, stehst du irgendwo, dass ich runterkomme? Oder? Absolut nicht. Okay. Dann warte ich noch kurz mit Enter drücken und so. Ja. Alter, hier geht's nirgends runter. Wir können deine Sachen nicht holen. Da war doch gerade Wasser. Warum hast du keine Rüstung mehr? Ach du, du hast genett. Warum hast du keine Rüstung mehr an? Bist du schon wieder runtergefallen? Das war geplant. Du bist nicht tot, oder? Ne, bin ich nicht. Sonst hättest du ja die Todesmeldung gekriegt. Meine Rüstung ist schon kaputt, ja. Tatsache. Ja, du hast nur noch Helm. Ich komm auch runter. Warum zum Geier hab ich Glas dabei? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. So, ich glaub ich hab jetzt wieder alles am Mann. Plus ein Level. Uh, ein Level. Okay, wir hätten nicht hier runter sollen. Hm. Oder? Okay, jetzt muss ich mich mal ganz kurz sortieren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das kommt hier hin. Das Essen kommt hier hin. So. Scheiße. Ähm, wo bist du? Ja, bei den Fackeln. Ah, okay. Ich würd mal sagen, wir machen mal hier einen ganz kurzen Schnitt. Sind gleich wieder da, wenn wir mal ein bisschen weitergelaufen sind. Damit es nicht zu langweilig wird. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder nach, boah, geschätzten... Hilfe. 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 Das ist drauf. Warte, warte. Ja, Wasser. Yay. Komm hoch. Komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. So. So. Ja, nach geschätzten... Ach, du geile Scheiße. Lol. Äh, wie heißt es? Das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall haben wir endlich ein neues Biom gefunden. Au. Und ich glaub sogar eines der seltensten Biome. Dieses, äh... Jetzt müssen wir mal da hinrennen. Fertig geladen. Hä? Sunflower Plains. Ach, das ist ein Sonnenblumen... Ah, wir sind ja gerade in einem anderen neuen Biom. Sunflower Plains. Wir sind in einem... Ice Plains Spikes. Alter. Wie krass sieht das bitte aus, ey? Ja, und gleich mal ein bisschen... Stained... Packt Eis mitnehmen. Alter, krasse Scheiße. Das sieht schon geil aus. Das ist doch wirklich eines... Vor allem diese zwei Säulen da nach oben. Äh. Ja. Warte. Pool. Ah, die, die, ähm... Das ist die Toten, äh, Tetris. Die Bäume. Das sind ja so Eisbäume sozusagen. Ich krabble. Sieht mir eher aus wie so ein, äh, eingefrorener Wasserfall. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Mit viel Fantasie ist das ein Herz. Haha. Ganz, äh, dezent. So, ein bisschen... Packt Eis ist immer gut. Man weiß ja nie, wozu man es brauchen kann. Cool. Aber es ist verdammt klein. War schon das Ende. Du weißt, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Verdammt. Auch nicht bei den Biomen. Guck mal, das ist hier schon zu Ende. Das ist ja voll klein. Okay, krass. Oh nein, jetzt kommt da überall mehr. Scheiße. Kannst du es jetzt mit deiner Spitzhacke abbauen? Gut. Mehr für mich. Hahaha. Gönn dir. Mach ich. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust da, äh... Was mehr? Ja. Vielleicht geht es da ja weiter. Ich hüpfe mal eben. Hüpfe mal, ich esse mal. Boink, 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 boink. Geht es da weiter. Gut. Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Wo bist denn du hingeboinkert? Ja, diese Eisfläche entlang. Geht ich gar nicht. Diese Eis. Ah, du bist unten. Okay. Ja, einmal am Meer entlang. Ja, ich bin jetzt auch unten. Ich bin am Strand. Gerade da auf der Seite bist du. Äh, keine Ahnung, wo du bist. Du läufst in die falsche Richtung. Achso, du läufst da hinten lang. Ich habe gedacht, du bist in die andere Richtung. Nein. Ach, jetzt sehe ich dich. Ja, aber da kamen wir doch her, quasi, so fast. Nee. Jawohl. Nee. Nein. Wenn ich das sage, dann ist das so. Nein. Ach. Boink, 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 boink. Boink, boink. Ui. Ui. Ich sehe schon wieder was Cooles. Warte, 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 bevor du anfängst. So. Ich muss dir kurz noch was schreiben. Was siehst du denn, du Cooles? Nein, verrat es mir nicht, ich will es selber sehen. Fängt es mit M an und hört mit Esa-Biome auf. Nee, das ist ja nicht cool. Ey, sag sowas nicht. Ja. Nein. Ach. Ach, du Schande. Ja. Boah, den Sand runterhauen, das wäre jetzt awesome. Das ist aber kein Sand. Doch. Sandstein. Nee, das ist Sand. Sandstein. Sand. Sandstein. Sand. Das ist Sandstein. Nicht. Doch. Da drauf sind so drei, vier Blöcke Sand, ja. Aber da drunter sind zehn Blöcke Sandstein. Ich kriege wieder Werbungse-E-Mails, das ist ganz schlimm. Oh. Lag. Ja. Immer diese Nitrado-Server. Gott, auf der Reise brauche ich so viel Essen, das ist abartig. Ja, wir werden uns ein bisschen besser vorbereiten sein. Aber nur ein bisschen. Ganz dezent. Dezent. Und wir werden nie wieder nach Hause finden. Das sowieso nicht. Gut, ansonsten bin ich so böse und tue Inventory-Chu... Äh, keep Invent... Inventory anschalten. Dann töten wir uns. Okay. Und warum? Weil wir es können. Like a boss. Ja. Ja, wo führst du uns hier wieder hin? Das warst du. Nein, das war ich nicht. Doch. Nein. Okay, wir laufen jetzt einfach hier an der Schlucht entlang. Boinka, 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 boinka. Ich will unbedingt eins der neuen, also noch ein weiteres Biom finden. Ein Mesa oder eine Savanne, das wäre cool. Obwohl, die finde ich auch nicht so... Wo bist du jetzt schon wieder? Was ist das? Wie von ihr erzählt's so oft, der Hack? No? Also ich... Da, hier, ja, stopp, stopp, stopp. Was? Ich steh dich. Äh. Ich steh dich, ich seh dich. Ich seh ein Creeper. Ich seh... Baum. Baum. Ich seh... Zombie. Alter, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Ui, ich hab aber keine Rüstung mehr. Dann craftet ihr doch eine. Ja, geht nicht, wenn wir gerade irgendwo durchlaufen. So. Ui, get down. Oh Gott, ich muss schon wieder die Chunks nachladen. Du hast das Eisen. Hört mal gerade auf. Ja. Wo stehst du schon wieder? Ich hab doch gerade fallen hören. Da bist du. Hinter dir. Andere Richtung. Da rechts. Geradeaus. Hä? Geradeaus. Lauf einfach geradeaus. Ach, da bist du. Am Anus der Welt. Oh, voll hässlich hier. Ich hätte nicht so ein volles Inventar mitnehmen sollen. Hätte gar kein volles Inventar mit. Ich schon. Echt? So. Ja. Ja. Vielen Dank.